was geht hat man sich weiter und update 3.8.5 wurde nun veröffentlicht mit dem update selbst wurde in dem spiel eigentlich nicht allzu viel hinzugefügt also eine mechanik an den spielweise und so fort aber es kamen sehr viele neue daten und dementsprechend gibt es heute die release zeiten von tapion lr super saiyan 3 goku super saiyan 3 bardock und einen neuen free to play lr super saiyan trunks future für das japanische doch erstmal wir werden uns aber jetzt alle news alle neuen informationen zum update selbst anschauen und zwar sind wir quasi wieder platz eins gechaltet des update news ungarn umgang wurde zum allerersten mal platz eins im google play store und deswegen gab es dafür 7 stones weil es das allererste mal war gab es eben die 7 stones und weil es nicht bei beiden stores weil wir wissen normalerweise muss eine region auch bei den stores ios und google also im app store und google play store platz eins gechaltet sein damit man 7 stones jeweils bekommt bis jetzt hatten das nur gemacht belgien und frankreich war ich glaube ich und jetzt kann man umgang zum allerersten mal überhaupt wurden sie platz eins deswegen gab es dafür 7 stones auch wenn es nicht beide stores war genau in dem jahren ich hoffe aber die anderen stores ziehen mit in den anderen regionen weil viele regionen wohnt zwar platz eins aber nur in einem store anyways dann wie gesagt zum update selbst update 3.8.5 hat gar nicht viel hinzu standard zeug erst mal paar bugs von gefixt und user interface wurde angepasst aber was dann quasi hinzukam war sie haben quasi die richtlinien beziehungsweise mussten sie sie sich den richtlinien anpassen deshalb musste auch quasi akzeptieren dass sie da die richtlinien durchgelesen hat und angenommen haben so wie jedes standard zeug wenn man irgendwas neues runterlädt oder wenn neue datenschutz linien richtlinien release wurden in habt ihr vielleicht gemerkt in den letzten wochen das bei vielen apps der fall war also so standard zeug zum update was da kam was wichtiger ist beziehungsweise geiler war war eben die neuen events zuvor gab es ein fehler in issue diese wurde gefixt genau dafür gab es dann auch jeweils den stone das war mit dem bergarm oder hat irgendwas nicht mit dem gut gepasst anyway ist das wichtig ist das hier das wichtig ist das hier zum einen ist in den news neues story event kommt und neues doken wenn das von tapion und das wird kommen am 25 mai 8 uhr 30 unserer zeit heißt diesen freitag diesen freitag schon wird tapion kommen zusammen mit seinem doken historien und seinen banner sein banner war ein paar stunden ein double rate banner mit beziehungsweise in seinem banner kam dann auch lr super sergeant 3 goku dazu und der wird auch hinzukommen hier sind die release zeiten werden es gleich näher betrachten zum banner selbst wie gesagt ist ein double rate banner und das haben sie schon so gut gemacht dass sie quasi jetzt tapion raushauen danach wird bardock kommen beziehungsweise schauen wir uns gleich erstmal die u-zeiten an wann denn was kommt wie gesagt tapion 25 fünfter 8 uhr 30 zusammen lr super seien 3 bardock aber lr super seien 3 goku sorry falls ich lr super seien 3 bardock die ganze zeit gesagt habe ich meinte natürlich lr super seien 3 goku lr super seien 3 goku und tapion kommen am 25 mai diesen freitag 8 uhr 30 morgens unserer zeit in das spiel aber jetzt super seien 3 bardock kommt juni 4 juni erst 4 juni 8 uhr 30 unserer zeit er ist jetzt schon in daten gekommen und er schaue ich weise wissen jetzt schon wann er rauskommen wird heißt für die nächste zeit wissen wir tapion kommt jetzt am freitag und dann nach tapion und nach ultra 10 koko et cetera kommt anfang juni dann super seien 3 bardock heißt zum einen für euch dabei waren wie gesagt diese dabei waren da sind die ssr droprates verdoppelt und das sind eigentlich quasi in lr-banner wenn ich ehrlich bin die lr-sum wollen die super seien 3 goku wollen ist vielleicht gar nicht vielleicht die gute option auf jeden fall dafür zum banner selbst wird noch eine preview kommen aber ich sage es mal ganz kurz aus vorweg weil wir gssr system haben sollten wir ich haben auch wenn ingame keine offiziellen news raus kam wurde das trotzdem eingeführt warum sage ich das so klar weil selbst das druck an festival banner von ultra 10 koko war gssr und wenn ein druck an feste banner gssr wird das gab es noch nie und dann heißt es für mich das wurde umgesetzt heißt in dem double rate banner habt ihr auf jeden fall eine sehr gute chance lr zu schicken zu ziehen die grades sind erhöht und pro multisame kommt garantiert einen kranker dieses zu 95 prozent nicht gefeatured fünf prozent gefeatured und diese 95 prozent nicht gefeatured könnte ein lr sein und dem lr beziehungsweise in dem banner werden viele lr sein alle lr die es bis jetzt gab auf der anderen seite jedoch merkt euch bahrer kommt juni falls ihr bahrer gespart und juli kommt sogar lr vegeto und gogeta zum dreijährigen jubiläum stand apropos juli bahrer kommt anfang juni online sollte 34 wochen ungefähr online sein dann haben wir noch mal drei vier wochen zeit eventuell wird irgendwas vorgezogen oder etwas dickes kommt und ich hoffe auf natürlich hoffen wir seit langer zeit auf 250 million downloads aber ob das vor dem dreijährigen direkt kommt oder mit dem dreijährigen müsst ihr abwarten müsst ihr abwarten oder damit jetzt eine grobe timeline habt ok tapio und goku kommt anfang juni kombat das sollte drei vier wochen online sein und dann hätten wir noch drei vier wochen zeit bis zum jubiläum und da könnten sie irgendwas noch reinpacken irgend vielleicht irgendwas special oder sie ziehen hat irgendwas vor wir wissen was im global läuft tals könnten sie vorziehen oder super seien blue evolution mit jiren's awakening müssen abwarten müssen abwarten nur damit eine grobe timeline habt was jetzt genau kommt und genau fürs japanische video kann bald nächste woche am 30.05.10 Uhr morgens unserer zeit kommt ein neues event ein neues prime battle was ist ein prime battle prime battle sind die lr events lr freezer event und lr goku event ist ein prime battle und jetzt kommt ein neuer dazu das von lr super seien trunks future wird richtig richtig geil wobei dieser trunks mich an den momentan in free to play trunks erinnert den konnte man erfarmen da konnte man einmal erwecken jetzt konnte man ihn wieder erwecken neulich zum tor ich ob man diesen dann zum lr erweckt bin ich mir nicht sicher weil so prime battles da äh äh droppen die karaktiere eigentlich aus dem prime battle ja lr goku droppt aus seinem lr free aus seinem lr event ich denke das sollte eigentlich ein neuer chunk sein kann mich aber ich kann mich aber auch irren natürlich kann auch anders kommen müssen abwarten 30.05.10 ist das ganze online da ein bisschen mehr anyways das war's eigentlich schon kurze knackige news wie gesagt ähm zum update selbst kann ich viel hinzu könnt alles nachlesen aber das dicke bisschen interessant ist dann natürlich tapion release mit seinem story event doch kein event mit mit seinem banner quasi kommt das ganze online mit lr super seien 3 goku 25.05.08 ist unsere zeit danach kommt bardock 4. juni 8.03 ist unsere zeit und nächste woche kommt ein neuer free to play lr super seien trunks future genau das ich hoffe das ganze hat euch gefallen wie dann wenn ja gibt den ganzen ein like und wir sehen uns auf jeden fall das nächste mal bis zum nächsten mal I won't be alright.